Mit Lego Duplo Meine Stadt, einer erkennbaren Welt mit modernen Duplo-Figuren, lassen sich Szenen aus dem echten Leben nachstellen. Kleinkinder werden große Freude daran haben, mit diesem farbenfrohen Duplo-Set ihren Tag in der Vorschul nachzuspielen. Von der Spielzeit auf der Matte über das Mittagessen und das Saubergeiz-Training bis hin zum Aufräumen, fördert das Lernen und ermutigt zu ersten Rollenspiel. Enthält drei Duplo-Figuren. Enthält drei Lego Duplo-Figuren, eine Vorschullehrkraft und zwei Kinder. Enthält ein Vorschulgebäude mit aufklappbarer Tür, einem Regal, aufziehbaren Schubladen und einem Toilettenbereich mit Waschbecken. Enthält Steine, die mit den Ziffern 1 bis 3 oder als Buch, Butterbrot, Kinderzeichnung, Toilettenpapier, Handseife und Vorschulschild verziert sind, um den Einstieg ins Spielen und Erzählen zu erleichtern. Untertitelung des ZDF, 2020